so moin moin und hallo herzlich willkommen mal wieder zum eurotrack simulator 2 jetzt hier mal testweise unter dem neuen patch 1.20 das will ich jetzt mal versuchen inwieweit das mit der tsm in der sechser vision immer noch funktioniert also gestartet bisher noch ganz gut und da wollen wir jetzt erst mal nachgucken wir stehen jetzt wieder in hamburg war logisch nach neuen patch setzt das spiel so weit oder setzt den 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 fahrtpunkt zurück deswegen hatten wir diese ägypten tour noch erledigt mit absicht so und jetzt schauen wir mal was wir uns hier in hamburg so anbietet und jetzt mal nicht ganz so weite touren machen jetzt für den anfang ja gut dann fahren wir hier atlantischen kabeljau fisch fahr ich immer gern und wenn wir die tour gleich aufgenommen haben dann schauen wir auch mal wie das jetzt ist man soll sich ja das navi das ding jetzt irgendwie selber einstellen können wenn ich das richtig verstanden habe ein bisschen die steuerung kommt mir dann ein bisschen raus kann man auch dann noch mal tanken fährt mir gerade so auf ja dann schauen wir mal wie das jetzt mit dem neuen patch jetzt funktioniert der ist jetzt seit ein paar tage noch nicht raus wichtigste neuerung wie hier zum kopf ist wie gesagt dass man sich da die tour ein bisschen selber über das navi legen kann das probieren wir dann gleich mal aus ja Jetzt habe ich mich zu sehr darauf konzentriert, ob das funktioniert. Da drehen wir eben eine kleine Runde, schön am Hafen vorbei hier, immer wieder gern. Ich muss mich wieder an das Fahrgefühl von dem LKW geben, ich habe mir erst mal schon ein paar Tage her, als ich Autotrucksimulator gespielt habe. Und das Fahrverhalten von dem kleinen Mercedes, den ich zuletzt gefahren habe, doch noch etwas anders. Mit Beschleunigung und so. Schleunigt ein bisschen schnell. Da sind wir wieder an der Firma, Feierabend. So, moin. So, in diesem atlantischen Kabel hier auch, auch dran nehmen wir an. Dann setzten wir mal auf und dann gucken wir mal ab, wo wir uns die Tour irgendwie selbst einstellen können. Da muss ich ja mal interessieren, ob es jetzt klappt oder nicht. So. Ähm. Das zeigt auf jeden Fall schon mal was an. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, hier unten bringt es noch nicht so viel. Das heißt doch, wir wollen durch den Elbtunnel fahren. Das heißt, wir fahren erstmal hier lang. Weil wir jetzt mal hier durch den Elbtunnel wollen. So, das ist soweit okay. Das ist ganz gut. Da kann man hier wenigstens dann auch die Baustellen umfahren. Oh, mal einen Schluck Wasser annehmen. Wenn man dann weiß, wo die waren. Ja, ich denke. Am Rest braucht man nicht viel zu ändern im Moment. Aber das ist eben ganz gut auch für Multiplayer. Also auf dem Server läuft jetzt auch schon der 1,20er. Da kann man sich dann doch sehr elegant treffen. So, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Dann würde ich sagen, da würde ich gar nicht hin. Dann würde ich sagen, geht es mal los. Dann geht es mal los. Druze. Das Arschlöpfer hat er auch nicht mehr. Wo können die Heldwagen noch her? Ich hab mich gesehen. Ich hab mich gesehen. Leute, die Chance, dass es grüner wird, ist nicht gegeben. Bitte. Die war im Leben nicht rot. Die war absolut gelb. Die war absolut gelb. Die war absolut gelb. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag 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 des ZDF, 2020 Also bisher keinerlei Problem mit TSM. Im 4 6 7 9 11 14 14 15 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah, fuck. C'est vrai. Ich bin leider immer noch im Abhusen von der Erkältung. Ich versuche das Mikrofon immer schneller wegzukriegen, aber manchmal schaffe ich das leider nicht so direkt. Das bitte ich zu verzeihen. Ich weiß, es ist widerlich, wenn ein Arminer sonst so hustet. Ich versuche das Mikrofon immer schneller wegzukriegen. Ich versuche das Mikrofon immer schneller wegzukriegen. Wollen wir jetzt mal den Streit mit dem UBS-Fahrer beilegen, bevor dann auch Schlimmeres passiert, ich muss vor allem mal einen Schluck trinken. Ich sag vielen mal schönen Dank fürs Zuschauen, wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen da oben da, wir hören und sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin rein, tschüss.